Als erstes musst du sagen, dass du Smurf bist und dann erwähntest du. Wow, Mitte runter. Das war's für heute. First time, by the way, no flame. Ich nehme Q-Mail, oder? Q-Level 1 In Alp-Bahn-Range Extra-Damage Ey, das kostet mich auch Mana? N***a, that's poor Look, you went and hit the ground running When they asked when it's dropping I just tell them that it's coming But the R-Rovers are coming Hydra-Bans, he ain't even what I do But they love him I'm the man, but look Enough about me Cause yeah, you know my cousin But my cousin's not me So how you asking for a brief? How you asking for a favor? Come off my phone, I'll see you later We're just trying to make a list Ich bin Franks, hier findest du am besten Zombie-Brand Oh, nein, 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 nein Diesen einen anderen auch Diesen einen anderen auch Ich weiß aber nicht, der Der so einer auf Timbuktu ist Ihr wisst, wer ich nicht meine Ah If I know how to clear Sure Okay, ich markiere erstmal alles, ne? Digga, ich sterb ja fast Ey, ich hab keine Mana Ey, ich hab keine Mana! Warte, 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 warte Was ist denn mit denen? So, jetzt hab ich Mana Okay, Problem gelöst Hallo, Leute, ist das cool aus? Äh Ist das so richtig? Okay, ich hab das Ich hab das Jetzt farm ich alles ab Glaub ich zumindest Was ist das? Du kannst mir eine 3 Warum sagt die mir das nicht Früher? Okay, jetzt kann ich die nehmen Und die grob gleich nochmal mit Ah, das sieht einfach cool aus Ich weiß, dass du das Okay, es hat nicht geklappt Yo, Bro E-Max, echt? Ich mag es nicht cool? Ich habe legit no clue, wie das geht Nicht Q maxen, aber Q hat mehr Damage Ich mag es nicht cool? Ich mag es nicht cool? Oh, Baby! Ah! Oh, dieser Eifer, Baby! 1v9-Player Wie? 1v9-Jungler 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 2v9-Jungler 1v9-Jungler Oh, oh. Go, Daisy! Give him Daisy, step it! Oh, oh. Daisy! Yo, Daisy, step it! Daisy, step it! Komm doch, du Fotze! Egal, Leute, den mach ich jetzt 1v1. Komm her. Ah, er hat Lackab. Er ist im Skripten. Gib ihm, Bruder. Digga, Bot-Intent, was? Nice Troll! Ja, greif doch an! Digga, Daisy! Bro, shit, die ist voll buggy, oder? Okay. Lass mal Junkl ausfüllen, dann sind wir weg. What? Bye-bye, Daisy! Leute, ich hab den hier?! Bro, shit, ich hab wohl den coolen Sticker. Ey, Leute, könnt ihr mal bitte alle einmal winken für Daisy? Du weißt, wie ein Hater. Ich hab keine Musik. Let me let you guys know, ich hab Musik für das ganze Jahr und jetzt noch, you know? Don't play with me! Und die Bars, komm schnell! Tore, den hole ich mir auch noch! The first one I heard was... Obviously, you know, the industry reports, people heard, tippt their situations, x, y, z, and... The first one was, ähm... Ähm... Quote... Hire a bunch of managers, who can't even manage themselves. Der wie ich ihm einfach Schelle mit, oh lol. Slap ihn, slap ihn, zack, skrrapp, oh oh. Klepp sie alle, oh, klepp nicht mich. 1v9 Jungler wie immer, Leute. Oh, wer, Digga, wer. Leute, schocken Sie, dieser Junge. Hä? Du Fixer, einfach du kränker Fixer. So, Digga, das hier auch noch, zack, dies, das, Ananas. Don't worry, guys, I will 1v9. For the insane performance. Ah, die Beliebner, ich schwöre es euch. Gegnerischer, Gegnerischer Taubländer, immer 1v9 Player. Nein, Spaß. Ja stimmt, mein Band hält sich echt ganz gut eigentlich. Digga, die werden mal in den Jungle. Digga, die werden mal in den Jungle. Hä? Hä? Was für lol? Digga, wir haben Vision, was könnt ihr verrecken? Extra Boom Speed im River, Leute. Was los? Was los, ey? Jetzt kommt Daddy. Jetzt kommt Daddy. Jetzt kommt Daddy. Okay, nice. Ich glaube, Zoe weiß nicht ganz, was man mit Vision anfängt. Digga, Slap. 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 Alles wirklich Slap. Warum keine Mobis? Weil ich Anziehen Spellbook dabei habe. Und Anziehen Spellbook nimmst du immer mit Dingens. Anziehen Spellbook, Cooler Reduction Boots und Cosmic Inside. Hör auf, ich habe ihn noch. Digga, Leute. Ich habe eine Tower-Klappe. Ah, sie ist am Treuen. Ah. Warum mag es nicht überhaupt eh, Leute? Es macht doch keinen Schaden. Also es macht schon Schaden, aber nicht wirklich viel. Warte, warum swappen wir? Ah, warte mal. Nein, nein, nein. We punish Gnar. Der Intent, Leute. Ich schwöre es euch. Base on my way top. Weißt du, man guckt sich die Namen an. Man weiß, die sind Premade. Und die trollen einfach trotzdem. Äh, das hier, oder? Arden-Sensor? Wenn du Support bist... Leute, ich habe auch eben Brand-Support gespürt. Ich habe Damage gemacht. Ihr habt alle keine Ahnung von League of Legends, Leute. Ihr habt alle keine Ahnung von League of Legends. Warum geht ihr überhaupt hin? Unser Mitglieders tut. Boys, the fuck? Oh, I should go swimming later. Oh, I should go swimming later. Yo. Yo. I'm doing well. Ist er alleine? Daisy Stampede! Oh, wer ist dieser Junge? Leute, es ist der einzig wahre Ronald McDonald. Er macht einfach Daisy Stampede. Leute, ich schwöre euch, ne? Hä? Ich bin richtig blutkünstiger Bom. Dicker. Oh. Eigentlich steht drauf, warte ich eben noch. Oh, das stimmt. Ich muss natürlich austauschen, ne? Ja, Leute, ich bin, äh, gerade nur überwältigt von meinen Einwandmechanics. Guck mal. mehr KDA als Nunu. Gar nicht gestorben. Perfekter Spieler. Und jetzt passt auf, Leute. Digga, wofür brauche ich Smite? Ich fick deinen Smite erst mal. Ey, yo. Ich tauschen. Hallo. So, perfekt. Jetzt habe ich exhaust dabei. So, jetzt habe ich exhaust dabei. Was wollen die machen? Ah, die ficken meine Botlane erst mal. Der Klassiker. Ja, Leute. Wer braucht schon Ringer? Der ist abhängig von Gebüschen. Wenn ich einfach das Gebüsch selbst machen kann. Ey, yo, Bro, ne? Es gibt Grenzen. Wir werden ihn chasen können. Was? We won't win. Wir werden ihn chasen können. Wir werden ihn chasen können. Ich kann da nicht tun. Ihrnt die Gäse. Oah, ich komme noch nicht ganz raus. Scheiße! Fuck, ich hätte hoffen, dass ich direkt vor ihm landen werde Und jetzt ist mein Ding Oh, schade Oh, du hast Flash bekommen Schade, Schokolade Mein Flash ist erst genau dann abgekommen, als ich gestorben bin Wisst ihr, worüber ich nachdenke? Ich sollte Flash wegnehmen und hierhin machen Warum? Mein Athen und mein Ardons profitiert davon Ey, 2-8, Mann 2-8 Zack Ich habe sogar verfehlt Pogchimp Jo, die Camps sind gerade aber voll schnell fertig Die werden nash rushen Boah, dieses ganze Gebürschirmachen geht mir voll auf Leucht Er ist echt hergekommen Weiß er nicht, dass hier Daisy Stampede ist? Er ist so mental Er ist legit so mental Ah, sie ist mental Holy shit Leute, ich weiß Ich habe echt keine Ahnung, was ich mache Aber ich bin voll gut dabei Leute, die Antwort kann nicht immer sein, dass wir die Mitte runterlaufen Kann es sein, dass Dingens am Buggen ist? Mein Daisy Stampede They will rush it Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Oh, I thought That Azeel Nunu With two Earth Drakes Go for it Alle mental, Leute Baut man sich das hier überhaupt noch aus? Ist das worth it? Gibt es nicht, oder? Das kaufe ich mir Nein, zwei Oder? Nein, zwei Redemption 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 Was nennt die Idels für Redemption? Da, hier Okay Ah, Leute, Leute Mein Team hält mich zurück Ich schwöre euch Die halten mich alle zurück Bin hier am Carrying Bin hier am Ausrasten 5, 1, 7 Mein Team hält mich zurück Ich habe sogar Heap mitgenommen Ich habe sogar Heap mitgenommen Leute In einer Skala von 1 bis 10, okay Wie fand ihr meine Ivern-Performance? Ich honor den Brand actually, Leute Er hat einen Troll-Champion gespielt Aber er hat gespielt wie ein Mann Das müsst ihr ihm echt lassen Das müsst ihr ihm echt lassen Er hat gespielt wie ein Mann Man lässt auch nur noch